Die deutsche Firma Bohle nimmt jetzt bereits zum sechsten Mal an der Mirstikler teil. Eine wichtige Fachmesse und Plattform für uns im russischen Markt. Die Firma Bohle ist der europaweit führende Hersteller von Werkzeugen und Maschinen für die Glasbearbeitung. Wir sehen im russischen Markt einen wichtigen und perspektivreichen Absatzmarkt für uns. Wir haben Tochtergesellschaften in Moskau und in St. Petersburg und haben hier ein sehr, sehr breites Interesse und versuchen unsere Produkte über den Markt und über diese Plattform abzusetzen. Was uns sehr gut gelingt, trotz weltweiter Finanz- und Wirtschaftskrise, haben wir entschieden auch dieses Jahr wieder dabei zu sein und wir sind sicher, dass wir die Früchte ernten werden.